Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das erste Getränk, das uns normalerweise nach der Geburt erwartet, ist ein wohldosierter Cocktail aus Fett, Eiweiss und Zucker, Vitamin und Mineralstoff, kurz eine Portion Milch. Auch später, während dem Wachstum und bis ins Alter, begleitet uns die Milch in verschiedenster Form ein Leben lang. Das vielseitige Produkt, das uns die Natur grosszügig offeriert, ist heute das Thema im Kopfrisschmerd. Wenn man von Milch geredet, meint man bei uns im Allgemeinen Kuhmilch. Über 550 Millionen Liter sind im letzten Jahr verkauft worden. Pro Einwohner macht das fast 80 Liter. Eine Kuh gibt übrigens etwa 30 Liter Milch pro Tag. Im Sommer ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger, je nach Rassen und Futter, ob sie in der Höhe oder im Tal lebt und so weiter und so fort. Sogar auf Höfe, die umgestellt haben auf biologische Landwirtschaft, wird diese Art von Melken mehr und mehr abgelöst durch die bequemere Technik. Die Milch wird entweder gerade auf dem Hof gekühlt und gelagert, bis sie abgeholt wird, oder von den Bauern selber direkt an die Sammelstelle transportiert. Und weil nicht nur wir Menschen gerne Milch haben, wird mit regelmässigen bakteriologischen Proben sichergestellt, dass keine unerwünschte Keime vorhanden sind. Milch zählt, wie schon am Anfang erwähnt, zu den ausgewogensten Lebensmitteln. Neben hochwertigem Eiweiss versorgt sie uns mit wichtigen Vitaminen und natürlich mit dem unentbeerlichen Kalzium. Dass Milchtrinken nicht nur gesund, sondern auch abwechslungsreich sein kann, sehen sie übrigens ja in unserer Molkereiabteilung, wo sie aus einer ganzen Palette von Milchsorten ihr persönlichen Fitnessprogramm zusammenstellen können. Und Armin Amrein ist der Meinung, dass man sie gar nicht immer blendend weistet herkommt, sondern darf ruhig auch mal ganz schön farbig sein. Richtig. Milch eignet sich nämlich hervorragend für erfrischende Trinks. Gemix mit Früchten oder Fruchtsaft. Sirup, Kaffee, Schokolade und Gewürze bekommen sie Farbe, Geschmack und Pfiff. Grüezi miteinander. Für einen Mokadrink zwei Dezil Milch mit einem halben Teelöffel Instant Kaffee, einem halben Teelöffel Schokolade und Zucker noch belieben gut vermischen und fertig ist dieser lustige Mokadrink. Gerade so schnell ist eine fruchtige Erdbeere-Milch bereit. Einen halben Deziliter Milch, 50 Gramm Erdbeere dazugeben und zusammen mit einem Teelöffel Zucker und einem halben Teelöffel Zitronensaft mixen. Und für ein Bananenfrappee zwei Dezil Milch, eine halbe Banane und einen halben Teelöffel Vanillelzucker mixen. Dann eine Kugel Vanillelglasse dazugeben und kurz weiter mixen. Die und weitere Rezepte für erfrischende Shakes, Frappes und Trinks können Sie übrigens in der Beilage von der Coop-Zeitung von dieser Woche im Frischmarktmagazin nachschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Milch, der besondere Saft für jeden Geschmack. Danke, Armin. Besonders erfreulich ist ausserdem, dass die Milch seit kurzem günstiger geworden ist und dass verschiedene Milchprodukte abgeschlagen haben. Ein Liter Vollmilch oder Milchtrink kostet bei uns darum nur noch 1,60. Und mit dieser Meldung bin ich schon wieder bei den wöchentlichen Tipps zum Sparren angelangt. Ein Kilo Tollbananen kostet 2,30. 6 Flaschen Evian Mineralwasser bekommen Sie über für 5,70. Mit der Go-Profit-Karte gibt es einen Kopfsalat für 75 Krabben. Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das wäre es schon wieder gewesen für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Einen schönen Abend.